2 nach 6, dein Podcast mit Chroma Neon. Moin und herzlich willkommen. Es ist 2 nach 6 und ihr hört 2 nach 6 euren Podcast mit uns, Chroma Neon. Am Mikrofon sind meine Wenigkeit Green und ich bin der Blue. In der letzten Folge haben wir uns über Label Ja-Nein ausgesprochen und heute sprechen wir über Social Media. Mein persönliches Lieblingsthema oder eben auch nicht. Oder mein besonderes... Ja, lass uns. Ja, okay. Wir gucken mal. Ja, also spannend und gut, also mehr oder weniger, ist der direkte Draht zu seinen Zuhörern. Aber wenn es dann darum geht, ja, wir tanzen jetzt einen lustigen Trend, um ins Gespräch zu kommen, da bin ich raus. Ich auch. Komplett. Also, ich habe einiges versucht, aber glücklich hatten mich die meisten Dinge dabei echt nicht gemacht. Du hast ja auch gemerkt, dass ich mich bei den ganzen Chroma Neon Dingern so ein bisschen rausgenommen habe. Ja, das ist auch... Ja, ich verstehe es. Ich verstehe es absolut. Die Frage ist, was macht man? Wie funktioniert das eigentlich? Wir sind früher losgezogen, haben überall, wo es Musik gab, Flyer ausgelegt, Leute angesprochen, Mund-zu-Mund-Propaganda eben. Aber das reicht heute irgendwie nicht mehr. Da stehst du plötzlich da, ohne eine Spur von Ahnung. Niemand, der es dir richtig erklären kann, aber Tausende, die es dir erklären wollen, da kommen auf einmal Leute auf dich zu, die dir helfen wollen. Also, fast kostenlos. Also, du meinst auch andere Social-Media-Leute? Oh, ja, ja, ja. Die kommen, wie gesagt. Also, nicht Leute auf der Straße, gute Freunde, sondern wirklich per E-Mail, per Instagram. Genau, die schreiben Leute an, die kommen aus allen Löchern und die wollen dir also fast kostenlos, naja, also ein bisschen Geld schon, die können dir dann eigentlich auch gar nicht so genau sagen, wie das funktioniert. Ähm, aber wenn du den Online-Kurs XY, ne, bla 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 kaufst, äh, für den du, weil du so nett bist und man extrem an dich glaubt, mit Hilfe des Codes, wir ziehen dich nur ein bisschen ab, 15% Ermäßigung hältst, also wenn du den kaufst, dann sagt man dir dort, wir erstellen gemeinsam mal eine Content-Strategie, die dich voll an die Spitze führen kann. Zunächst sollten wir die Frage klären, was du posten möchtest, kennst du deine Zielgruppe, wie oft ist es ratsam zu posten? So, und die Antwort auf diese Fragen, die erarbeitest du ja letztendlich wieder alleine. Anschließend gehst du genauso schlau wie vorher aus diesem Kurs, aber hast halt echt nette Leute kennengelernt, während du Geld und Zeit verbrenst. Also ich verstehe das so, wenn du, wenn du zum Beispiel jetzt, du hast 10 Kilo Übergewicht, du möchtest jetzt 10 Kilo verlieren, dann sagt dir einer, das ist ganz einfach, du musst einfach ein bisschen, dich ein bisschen bewegen, du musst ein bisschen auf deine Ernährung achten, du musst ins Kaloriendefizit kommen, aber machen musst du das schon selber. Das wäre nicht das Problem, machen selber ist okay, ja, aber der sagt dir eben, pass auf, es gibt 100 Diäten, aber welche für dich funktioniert, das musst du selber rausfinden, aber nennt sich dann halt Coach, ja, das ist ein bisschen, ist immer ein bisschen schwierig. Für mich hat das jetzt echt ein paar Jahre gedauert, einen Weg zu finden, von dem ich zwar auch nicht weiß, ob er funktioniert, aber der mir zumindest das richtige Bauchgefühl gibt. Und letztendlich lande ich also bei meinem Lieblingsthema, du kannst nur das gut machen, woran du selbst glaubst und was dir Spaß macht. Verdreh dich nicht für etwas, was du genauso wenig weißt. Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Das macht keinen Sinn. Und vor allen Dingen fange ich an, irgendeinen Trend auf TikTok hinterherzutanzen, sondern ich glaube, das war gerade bei uns, bei Chroma Neon auch ein ganz kleiner Miniaturfehler, dass wir das gemacht, oder das, naja, wir haben es ja beide gemacht. Ich habe mich ja nicht hundertprozentig herausgenommen. Ich glaube nämlich, was du sagtest, was wir früher gemacht haben, wir hatten einen Auftritt, wir sind früher immer durch die Einkaufszahlen gelaufen, haben Flyer verteilt, da haben wir nichts anderes gemacht, als von unserer Band zu erzählen. Wir sind eine Band und wir wollen live spielen. Und ich glaube, das vergessen einige Bands auch oder auch Künstler, die sich selbst so ein bisschen bei Instagram und Co. sich so ein bisschen promoten wollen, vergessen manchmal so ein bisschen auch, ein bisschen was über sich zu erzählen. Was mache ich eigentlich? Ja, oder zu viel. Oder zu viel, ja. Wir wussten am Anfang natürlich auch überhaupt nicht, was sollen wir hier machen. Social Media ist ein sehr wichtiges und ein sehr mächtiges Tool, aber es muss eben auch dazu passen. Ich sehe einfach keinen Sinn darin. Chroma Neon kocht, der eine oder andere findet es ganz lustig, aber das hat nichts mit dem zu tun, wer sind wir, was machen wir. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde das mal, ich würde sehr gerne mal so einen Livestream mit dir machen, wo wir ein paar, so ein paar Puletten grillen. Ja, das ist sicherlich auch gar nicht verkehrt, vielleicht sollte man das tun. Das Ding ist aber, glaube ich, ich habe so oft mit Leuten, bin ich in Kontakt getreten oder die kamen auf mich zu und sagten, hä, ihr macht Musik? Musik? Das wusste ich gar nicht. Und du denkst, hallo, du folgst uns jetzt seit einem halben Jahr hier auf TikTok oder was weiß ich wo und du schnallst jetzt erst, dass wir Musik machen. Oder dir ist jetzt erst aufgefallen, dass wir keine Coverband sind. Oder, oder. Also es sind, auch im Freundeskreis, wo dann Leute sagen so, ach, ich dachte, ihr spielt nur ein bisschen Cover oder, ne? Moment mal. Moment mal. Hä, habt ihr die Musik gemacht? Ja? Ja, wie habt ihr das dann gemacht? Na ja, wir haben die Instrumente eingespielt. Ja, aber wem gehören denn die Songs? Ja. Nee, das sind unsere Songs. Ja, aber wer macht dann die Texte dazu? Ja, das machen wir. Ja, aber wie nehmen die das denn auf? Das sind auf einmal die Fragen, die kommen dann, ich meine, Chroma Neon gibt es jetzt seit Anfang 2020. Da war der Start. Und in 2023, drei Jahre später, fallen die Leute aus den Wolken und wundern sich, wieso kommt jetzt die Musik denn von euch? Ja, es ist, ja, genau. Genau, und das war für mich einfach so ausschlaggebend das Ding, dass wir sagen, okay, wir machen grundlegend was in unserer Präsentation verkehrt. So, und du guckst, jeder, da sind wir wieder bei dem Thema. Der eine sagt, ey, du musst unbedingt das und das machen. Der nächste sagt, mach das. Und das geht. Und achte auf die Trends. Und achte auf das. Und du musst damit irgendwie viral gehen. Und dies und das. Und achte auf den Algorithmus. Ja, und weißt du, du hechtest da einem Ding nach dem anderen hinterher und nirgendwo, ja, kriegst du den Knochen zu fassen. Und ich hab einfach gesagt, okay, pass auf, stopp. Damit wird das überhaupt nichts. Und bevor wir hier alles aus den Augen verlieren, wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, bei der ganzen Vermarktung und diesem und jen, blieb dann einfach die Musik auf der Strecke. So, du hast dann gesagt, so, okay, eigentlich wollten wir jetzt heute einen neuen Song schreiben, aber jetzt mussten wir uns erstmal überlegen, müssen wir noch einen TikTok-Tanz aufführen oder ähnliches. Und das darf einfach aus meiner Sicht gar nicht sein. Und das funktioniert für uns eben auch nicht. So, das ist ein, wir haben da viele Rückschläge einstecken müssen. Das war ein Lernprozess. Und wir haben uns aber jetzt ja auch dazu entschlossen, einfach mal die Leute einmal die Woche zu beglücken. Ja, gegebenenfalls bei aktuellen News separat in Kenntnis zu setzen. Und ja, wir wollen euch an die Hand nehmen. Ja, wir wollen euch einen Platz direkt neben uns anbieten und euch zeigen, was uns bewegt, antreibt, was wir gerade machen und was für euch daraus resultiert. Also, was euch demnächst erwartet. Der Musiker möchte ja auch Musiker bleiben und weiterhin Musik machen und nicht zu einem Content-Creator oder ein, wie nennt man das noch so schnell, ein Influencer werden. Ja, ich glaube tatsächlich, ein Stück weit musst du das werden, aber eben auf eine andere Art und Weise. Wenn das Sachen sind, die uns repräsentieren, wo wir sagen, da stehen wir voll drauf, das ist einfach was, wo wir uns auch sehen, natürlich, dann passt das auch wieder. Auch wenn es mal quatschig ist? Ja, natürlich, auch wenn es quatschig ist. Wir sind Quatschköppel. Ja, sicher sind wir Quatschköppel. So sieht das aus. Und das darf man auch sein. Und das ist aber auch genau das, was ich den Leuten zeigen möchte. Wer sind wir? Was machen wir? Das, was du hier jetzt siehst, das ist auch das, was du kriegst, wenn du mich auf der Straße triffst. So, das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding für mich, zu sagen, wir sind authentisch. Das merkt man auch gerade hier an diesem Podcast. Wir sitzen hier gerade in einem Raum und wir unterhalten uns hier gerade. So soll das sein. Aber zum Thema Social Media habe ich nochmal eine ganz besondere Frage. Und es kann sein, dass unsere Meinung hier vielleicht manchmal so ein bisschen auseinander geht. Und das ist immer total interessant. Es geht darum, Social Media und diese Followeranzahlen. Und dann, wenn man versucht, pass auf, wir wollen hier vielleicht mal auf diesem Festival spielen. Wir möchten vielleicht mal im Radio gespielt werden. Dass dann Veranstalter oder auch Radiopromoter oder wie nennen sich die, diese Musikredakteure, Musikredakteure, die dann wirklich mal schauen, ah, hier ist so eine Band XY. Wie viele Follower haben die denn jetzt gerade? Also, ihr seid für uns völlig uninteressant, weil ihr habt nur X Follower. Das reicht uns nicht, ne? Also, ich glaube, ich glaube, da gibt's kein Schwarz-Weiß-Denken. Ich glaube auch, dass es wirklich Leute gibt, die gucken so, oh, 500 Follower bei Instagram ist jetzt ja nicht so diese Mega-Fanbase so, ne? Ich möchte ja auch als Veranstalter von dem Festival, ich möchte ja auch hier geile Bands am Start haben, ne? Und vielleicht ist die mit 500 Followern jetzt vielleicht gar nicht so, vielleicht, ich brauche die eher mit 5000 vielleicht da, ne? Obwohl die aber cool sind. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist natürlich, ist das immer eine Business-Entscheidung, ja? Die wollen natürlich ihr Geld verdienen, die wollen kein Minus machen. Ähm, aber es ist ja auch nicht so, dass man jetzt sagt, okay, wir wollen jetzt hier den Headliner-Gig, wir wollen dies und das, sondern wir sagen, ey, pass auf, wir wollen spielen. Wir möchten raus auf die Bühne, wir möchten unsere Songs präsentieren und, äh, dafür müssen wir nun mal irgendwo spielen. Äh, wir haben's, ne? Während der Zeit 20 bis, äh, 22, äh, haben wir dann gesagt, okay, wir konnten gar nicht raus auf die Bühne, also haben wir Livestreams gemacht auf Twitch. Und, äh, das ist, natürlich ist das toll, aber du hast halt diese, diese Direct-Response, wo, wo wir beide so drauf abfahren, die hast du halt einfach nicht, ja? Du, du kriegst natürlich, dein Chat schreibt, ey, supergeil und bla, da fliegen dir die Herzchen entgegen und so, aber es ist eben was anderes, als den Leuten ins Gesicht zu gucken und wirklich zu sehen, was empfinden die jetzt vielleicht gerade, während sie da unten stehen, singen die mit, was machen die? Das sind einfach alles Sachen, die, 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 die komplett verloren gehen. Und dabei haben die Streams so viel Spaß gemacht. Super Spaß. Ja, total. Will ich auch nicht missen, die Zeit. Und wird auch wiederkommen. Aber das Ding ist einfach, wie bei uns, wie bei uns, äh, passiert, dass du einen Veranstalter XY anschreibst und sagst, pass auf, wir sind Chromanäon, bla, 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 wir würden gerne spielen. Und du kriegst tatsächlich als Antwort, ja, ich hab da gerade mal eure Social-Media-Profile gecheckt und, äh, das ist mir zu risikoreich. Also, da ist mir die eigene Fanbase einfach nicht groß genug. Und ich denk mir immer so, wow, äh, hat er jetzt unsere Musik gehört und wir sind schlecht? Oder geht er wirklich nur nach diesen Zahlen? Das ist natürlich, und das möchte ich auch dazu sagen, es ist vermutlich eher die Ausnahme, aber es kommt eben vor. Ich weiß nicht, wie da eure Erfahrungen sind, ja, auch da gerne in die Kommentare schreiben, wie sieht das bei euch aus. Ähm, und was, was ich total spannend finde, also das mal so als kleiner Aufruf nebenbei, schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr Clubs kennt, wo ihr sagt, hey, da wird definitiv auch Sinpop gespielt und da bekommen auch Bands, die keine 10.000, 100.000 Follower haben eine Chance, weil der Veranstalter XY nämlich auf gute Musik steht. Da gerne einfach die Kommentare vollknallen, da bin ich richtig gespannt drauf, weil, äh, es ist tatsächlich so, wir kennen natürlich, wir haben lange genug Musikerfahrung, wir kennen viele Veranstalter, allerdings muss man dazu sagen, wir haben vorher etwas andere Musik gemacht und in die meisten Läden passen wir jetzt einfach nicht mehr rein. Oder wir kaufen uns die 10.000 Follower. Ja, genau, das ist, das ist dieses nächste Thema, wo ich sage, da sind wir wieder bei diesem Social Media Wahn, wenn tatsächlich die Veranstalter jetzt gucken, wie viele Follower haben die, ja, alles klar, so, dann verstehe ich, warum das Geschäft mit, mit, äh, gekauften Followern boomt, weil man sich sagt, ey, ist völlig egal, ob ich jetzt tatsächliche Reichweite habe, die Leute da tatsächlich echt sind, ob die hier sind, weil die meine Musik mögen, ist alles egal, Hauptsache Veranstalter XY sieht, ey, die haben 100.000, Fans, die nehme ich sofort. So, und dann spielen wir da und er wundert sich, warum nur 100 Leute in seinen Club kommen und sagt sich, aber ihr habt doch so viele Follower, warum, wo, wo sind die jetzt alle? Und das ist eben das Ding, wo ich sage, liebe Veranstalter, jeder, der das jetzt hört, hört euch doch bitte wieder mal die Musik an und entscheidet aus dem Bauch raus. Seid Pioniere, sagt euch, ey, ich möchte diese Band, und da geht's jetzt nicht nur um uns, ich möchte diese Band bei mir auf der Bühne haben, ich möchte denen ein Forum bieten, ich möchte, dass die ihre Musik rausbringen können, weil ich persönlich das mag. So, äh, mir ist klar, dass die alle kein Minusgeschäft machen wollen und es gibt genug Door-Deals und sonstiges, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ähm, Fakt ist aber, es darf nicht so weit kommen, dass bevor die Musik gehört wird, erstmal gecheckt wird, wo stehen die denn? Weil dieses Rating, das sagt, das wissen wir alle erstmal gar nichts aus. So, und ich wünsche mir, dass die Follower, die wir haben, dass wir die auch wirklich ansprechen, dass die unsretwillen da sind, dass die, dass die, dass die da sind, weil sie sagen, eure Musik höre ich gerne, gib mir gute Vibes, äh, kann ich, kann ich mich drinnen spiegeln, was auch immer, ähm, und nicht irgendwie, weiß ich nicht, lauter Karteileichen, die, die dir irgendwas bestätigen, bescheinigen, was du überhaupt nicht bist. Social Media, ein Fluch und Segen, äh, für mich. Ich bin ein begeisterter YouTube-Gucker, ich gucke mir da die tollsten Sachen an, ähm, ich gucke mir an, wie Leute, äh, Spot Repairs auf ihren Autos machen, ich gucke mir an, wie einer, eine Nähmaschine von 1920 restauriert, und ich finde das total spitzen, spitzenmäßig. Das Thema Instagram und sowas alles, das finde ich aber auch schon wieder interessant, weil, weil wir kommen ja von, aus einer etwas anderen Zeit, wo es Instagram und Co. ja noch gar nicht gab, und wir haben damals ja wirklich nur einen Response bekommen über zum Beispiel ein Gästebuch, was wir bei uns auf der Webseite hatten. Ähm, selbst Myspace war ja zu der Zeit noch gar nicht so wirklich richtig aktiv, aber heute über Instagram und Co. oder auch über TikTok, Kommentarfunktion, kriegt man unfassbar viel mit. Keine Hasskommentare, das finde ich ja noch ganz gut, da sind einige Social Media Künstler, ähm, die durchaus sehr viel größer sind, ähm, ja, die müssen sich da leider ganz andere Sachen anhören, ne? Wenn das auf einmal hieß, da heißt so, hier ist meine neue Single und in den Kommentaren, ey, du hast aber hässliche Füße. Da denke ich auch, was da denn? Ja, das ist, das ist noch ein Thema für sich, ne, dieses Thema Cybermobbing und sowas, das ist, äh, tatsächlich auch so eine ganz andere Baustelle. Du musst halt auch deine Plattform finden, also es gibt ja unendlich viel, wo du das Ganze machen kannst, ähm, und ich sehe das so, dass, äh, für uns zum Beispiel, äh, muss ich feststellen, dass die Leute, die unsere Musik hören, da tatsächlich doch noch sehr, sehr viele bei sind, die, äh, Facebook nutzen, so, und, äh, das haben wir eine Zeit lang auch wirklich, äh, ganz aus den Augen verloren, wo wir sagten, ja gut, alle sagen, Facebook ist tot, macht da nix. Äh, ja, das, das mag für einzelne Musiksparten gelten, das ist richtig, aber ich glaube tatsächlich, äh, das ist wie beim Thema CDs und ähnlichem, ja, äh, äh, wo man sagt, heute macht keiner mehr CDs und andere sagen, Alter, ihr macht Sinpop. Und natürlich wollen die Leute, die, die genau diesen Retro-Vibe haben, die, 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 die wollen CDs und die hören auch noch CDs. Erzähl mal nicht so viel. Ja, genau, das ist, das ist Thema für ein anderes, ja. Das ist Thema für unseren dritten Podcast, wir machen hier schon mal Werbung für unseren dritten Podcast, die CD. Das wird auch nochmal interessant. Ja, tatsächlich so, und ich, ich denke viel mehr, äh, natürlich, man, man könnte sich stundenlang über Social Media, man könnte sich drüber unterhalten, was ist die richtige Strategie, was muss man tun, was sollte man lassen, Aber das ist nicht unsere Aufgabe, weil auch da geht's natürlich nur darum, was funktioniert für uns, was haben wir in der Zeit daraus gelernt. Und, ähm, wie gesagt, für uns zählt jetzt, wir haben ein, ein, wir haben uns einen Kurs festgelegt, wie wollen wir euch mit Social Media bedienen, was wollen wir posten, ähm, was ist da unser Anspruch, was wir euch mitgeben wollen. Ich denke, als abschließendes Thema vielleicht nochmal, auch ganz interessant, über Social Media auch nicht nur Fans zu kontaktieren oder eine Fanbase aufzubauen, sondern auch generell ein Netzwerk aufzubauen. Und zwar ein Netzwerk zu, zu anderen Künstlern auch, ne, oder vielleicht auch zu, zu Veranstaltern, ein wunderschönen Grüß an die Band In Contact, die wir auch kennengelernt haben über Social Media, die wir auch angeschrieben haben und einfach gesagt haben, hey, ihr Lieben, wir finden toll, was ihr macht, ähm, ihr kommt auch hier oben aus dem Norden Deutschlands, vielleicht machen wir mal was zusammen. Vielleicht spielen wir mal live zusammen, vielleicht machen wir auch mal einen Song zusammen, so, ne, also. Also, die Reaktion war, war super, ne, also wir haben, wir haben bei vielen, äh, äh, gar keine Reaktion bekommen, ähm, einige nehmen sich, äh, weiß ich nicht, ob die sich zu wichtig nehmen oder vielleicht auch viel zu beschäftigt sind, um uns zu antworten. Ähm, nein, aber tatsächlich, also die Jungs auch dicke, dicke Grüße, ähm, da kommt auf jeden Fall noch was, da bin ich mir sicher. Ja, also es ist als, als Künstler auch unfassbar wichtig, das Netzwerk, ne, was, was nichts bringt ist, ich mach einen Song, ich schieb das auf die Plattform raus, ich mach einen Instagram-Post und das war's. Im Zweifel passiert da tatsächlich gar nix. Ich würde, ich würde sagen, das war's. Ihr Lieben, wir haben jetzt eine ganze Reihe an Themen besprochen, nutzt wie immer die Kommentarfunktion, lasst uns gerne wissen, schreibt's ganz gerne rein, welche Erfahrungen habt ihr mit Social Media gemacht, gerade, gerade natürlich als Künstler, als Musiker und, äh. Und das Wichtigste für Social Media, vergesst nicht, den Kanal hier zu abonnieren, vergesst nicht, die anderen Kanäle zu abonnieren, den zu folgen, wie auch immer, äh, bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, was mit uns ist, ne. Mach die Glocke weg. Ja, mach das Plus weg, mach das Herz weg, mach alles weg, nur uns nicht. So, in diesem Sinne, äh, wir freuen uns aufs nächste Mal und, äh, sagen, ja, wieder schauen, reingehauen, was auch immer. Ciao, ihr Lieben. Bis zwei nach sechs, ne. Bis zwei nach sechs, ne.